Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 1. Juli 2021. Sind die Hortensien im botanischen Garten von Ist-Anbul nicht wunderschön? Gerüchten zufolge gewähren einem die Hortensien in diesem Garten einen Wunsch, wenn man sie darum bittet. Scharen von Besuchern wurden dabei beobachtet, wie sie auf die eher teilnahmslos wirkenden Blumen einredeten. Der Wunsch von Mama lautete übrigens, ich hätte gern mehr Freunde. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Frieden für alle Nationen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Steve Minecraft, der 1. Juli war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.